Hallo, ich bin Cecile, wir sind ein junges Start-up aus Hamburg und ich präsentiere euch heute unsere neue App Feine Spots. Worum geht es bei Feine Spots? Auf einen Klick relevante Locations, sprich Informationen über Restaurants, Bars und Cafés in Hamburg zu erhalten und ihr findet mit einem Klick super Läden, ohne lange rumzusuchen bei Quype, Yelp und Co. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie es funktioniert. Als kleines i-Tüpfelchen sammelt ihr bei allen Feine Spots Bonuspunkte, die ihr in tolle Prämien einlösen könnt. Das ist die Feine Spots App. Das ist der Start-Screen. Hier seht ihr schon, es ist aufgeteilt nach Situationen. Also sprich, ihr filtert nicht nach ein chinesischer Laden, der Amex nimmt, sondern ihr filtert danach, in welcher Situation befindet ihr und eure Freunde euch heute Abend oder heute Mittag. Ihr findet die richtigen Läden für einen Business Dinner, für ein Exclusive Dining, für einen Abend locker mit Freunden oder ein romantisches Date. Sowohl für Bar als auch für Café findet ihr ebenfalls unter verschiedenen Rubriken wie Frühstück oder Brunch die entscheidenden Läden und die Top-Restaurants und Cafés der Stadt. Wenn wir jetzt einfach mal ausprobieren wollen, was wir für einen Business Lunch zum Beispiel empfohlen bekommen, dann gehe ich einfach mal auf Business Lunch und bekomme sofort eine Top-Liste angezeigt mit allen relevanten Spots in meiner Umgebung. Hier seht ihr auf der rechten Seite, wie weit die Spots von euch entfernt sind. Das Ganze könnt ihr euch auch in der Map-Ansicht anzeigen lassen. Hier seht ihr schon, vier sind in meiner unmittelbaren Umgebung. Ich gucke mir mal an. Zum Beispiel das Fillet of Soul in den Deichtorhallen. Wer kennt es nicht? Hier eine kleine Bildergalerie. Ihr könnt den Spot direkt anrufen, euch den kleinen Text darüber durchlesen, wen treffe ich da, wann hat es offen, was esse ich da am besten. Hier nochmal die Öffnungszeiten. Ein Klick auf die Adresse und ihr könnt euch oben unter dem Route-Reiter sofort dahin navigieren lassen, auf die Webseite von denen gehen, sich die Extras anzeigen lassen oder den Spot euren Freunden empfehlen. Wenn ihr euch dann für einen Laden entschieden habt und da essen wart und hoffentlich sehr, sehr zufrieden, dann bringt euch der Kellner mit der Rechnung die Finest-Spots-Karte. Diese Box, unsere Finest-Spots-Box steht in allen Locations. Und so sieht die Karte aus, die ihr zu eurer Rechnung erhaltet. Wie sammelt ihr jetzt die Punkte? Einfach unten auf den Reiter Scanner gehen und schon öffnet sich der QR-Code-Scanner, der in der App integriert ist. Ihr haltet einfach die Karte vor euer Gerät und schon habt ihr erfolgreich weitere 50 Punkte vor euer Punktekonto gesammelt. Okay, jetzt habe ich noch die Möglichkeit, das Fillet of Soul zu bewerten. Essen war top, Service war top und das Ambiente hat mir auch gut gefallen. Und schon habe ich weitere 10 Punkte auf meinem Punktekonto. Was mache ich jetzt mit all den Punkten? Ich gehe hier unten auf meinen Prämienreiter und finde hier alle relevanten Prämien mit deren Punktewert. Ich kann zum Beispiel ein Thunfischfilet bekommen, ein feines Schnitzel im Wilden Kaiser, im Meaterie, ein Burger oder ein Überraschungsdessert, ein feines Frühstück für zwei, um vielleicht mit meiner Freundin brunchen zu gehen. Und sehe dann hier, was genau mich für meine Punkte erwartet und kann dann quasi mit einem Klick, ich habe leider nicht genügend Punkte, aber einfach auf Buchen klicken und mir die Prämie aussuchen. Und zack, bekomme ich ein Codewort, das gebe ich einfach bei meiner Bestellung mit an und schon habe ich richtig Geld gespart und vor allen Dingen nicht irgendwo, sondern in den schönsten Läden der Stadt. Wir arbeiten ständig daran, dass noch ganz viele tolle Läden in Hamburg dazukommen, natürlich eine Android-App dazukommt und auch ganz viele weitere Städte für euch bald zur Verfügung stehen. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!